Ein gutes Training mit Hanteln kann Ihnen sechs Punkte in der Stunde geben. Achten Sie aber darauf, dass Sie auf jeden Fall ausgewogen trainieren. Nicht immer nur Ausdauer machen, sondern auch die Kraft und vor allem die Kräftigung der Muskulatur ist entscheidend. Daher zwischendurch auch gerne mal zu Hanteln greifen.